Drehläufer müssen im Gebirge mit extremen Temperaturschwankungen rechnen. Auch dafür hat La Sportiva Outfit-Lösungen parat. Die Primus Kapuzenjacke ist dank ihrer Primaloft Silver Eco-Füllung vorne, am Rücken und in der Kapuze ein hervorragender Wärmespender. Elastische, weiche Einsätze aus Polatec garantieren maximale Bewegungsfreiheit und hervorragenden Komfort. Die exklusive Spirex-Konstruktion, bestehend aus zwei Schichten und einer Innenfüllung, macht die Jacke besonders atmungsaktiv. Die aufwendig gearbeitete Kapuze hat eine Einhandweitenregulierung und einen Schirm, bestehend aus Neopren. Zwei großzügige Fronttaschen und eine Reißverschutztasche innen runden die Ausstattung ab. Die Titan-Pent wurde speziell konstruiert und entwickelt für sportliche Fast-Hiker. Auch nach einem harten Mountain-Run erfüllt die Hose ihre Funktion als wärmende Außenschicht. Die Hose folgt den Regeln des Body-Mappings und kombiniert zwei verschiedene Materialien. Dies hat eine hohe Bewegungsfreiheit und eine gute Atmungsaktivität zur Folge. Zusätzlich verfügt die Hose über einen vorgeformten Kniebereich und einen verstellbaren Hosenbeinabschluss. Der Bund lässt sich durch ein weiten Regulierungssystem individuell einstellen. Dank des Stretchgewebes und dem komfortablen Schnitt garantiert die Hose 100% Bewegungsfreiheit und einen hervorragenden Tragekomfort. Auch die Titan-Pent ist ein Stauraumwunder. Vorne befinden sich zwei große Einschubtaschen, eine Reißverschutztasche und eine Kartentasche. Auf der Rückseite überrascht sie mit einer versteckten Reißverschutztasche. Mit der Primus Kapuzenjacke und der Titan-Pent von La Sportiva bekommst du zwei Ausrüstungsgegenstände an die Hand, die auch unter extremen Bedingungen keine Schwächen zeigen. Du erhältst beide Teile in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell sie ganz einfach bei uns hier im Online-Shop unter runnerspoint.com.